weiter geht's mit clash of heroes ist wahrscheinlich eventuell die letzte folge in dieser kampagne zumindest ruckel ruckel ich frage mich immer noch wo wir eigentlich diese geheime einheit finden können oder haben wir schon fünf das pferd so kubus die kommischen hexen meister und das schwert viel uns fehlt dieser große dämon 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 hat für sich auf jeden fall brauche jetzt wieder eine weile um die kacke zu lernen frame im brüche sind auch schon wieder eine tage sehr gut also ich weiß tatsächlich nicht wo man nach suchen kann vielleicht jetzt hier es sieht jetzt zumindest ein bisschen anders aus glaube ich zumindest okay das klappt die spitze des berges ist zerstört daher können wir nicht drauf hallo und es fehlt definitiv eine einheit aber hier war ja auch nicht weiter schwein habt schwein habt Na dann ab, nach Osten Ach, da ist er ja. Oh, ich bin ja doof. Besiege den Feind, jo. Okay, das dauert schon wieder ziemlich lange. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Okay, wir sind am Zug. Oha, das war kein schlechter Move. Oha, das war nicht. Oha, das war nicht. Okay, ähm. Machen wir das doch hier einfach. Fertig. Problem gelöst. Oha, das war nicht. Oha, das war nicht. Obwohl, machen wir lieber so. Ach, das war ja Quatsch. Miko. Ich bin gespannt, ob es schon ausreicht. Ich glaube nicht. Ich bin gespannt, ob es schon ausreicht. 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 Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob es schon ausreicht. 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 Das war's für heute. Die Frage ist jetzt, ich kann keine weitere Mauer errichten, das wird nischt. Ich glaube dann nehme ich die Einheiten lieber weg, dann sind weniger Brennplätze am Ende vorhanden. Es ist vorbei, es bringt doch nichts mehr los. Scharhasa liegt vor uns, da werden wir Access, ich meine Access Schlupflinge finden. Aber erst in der nächsten Folge, spitzt wieder Gimmich, bis dann.